Willkommen zu einem neuen Simulator und ich wäre nicht Hand of Blood. Hätte ich nicht ein atemberaubendes Kostüm für euch dabei. Herr Knabe. Wie Sie sehen, wir sind auf alles vorbereitet. Oh ja, die Leggings. Jetzt ist es also bis ins kleinste Detail. So. Zweit für diesen Scheiß. Ja, wir haben uns da wieder was überlegt für euch. Wie das Spiel und vor allem mein Kostüm vermuten lässt, spielt man eine Kaule. Ich habe mich wie immer null spoilern lassen, nicht ein bisschen Gameplay gesehen, kein Trailer, nichts. Ja, also schauen wir uns das einfach mal hier an. Boah, das ist hier echt schon ein bisschen... Boah, aber ich habe auch einiges hier. Also ist schon Volumen. Let's go. Geh mal rein. Geht los. Ich habe keinen Sound. Oh. Doch. Gehelle Sound. Haha. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Warum habe ich keine Sounds? You can find food close to bins. Ich brauche jetzt erstmal den Mülleimer. Hier. Oh, scheiße. Oh shit. Wo ist hier ein Mülleimer? Das muss man. Ich muss scheiße fressen. Wie lande ich denn? Gut, also ich brauche was zu fressen. Das heißt, wir fliegen zum Mülleimer. Oh, da liegt Müll. Abfahrt. So, das ziehe ich mir rein. Für die KFC alle auf euren Nacken. Ehre. Also ich glaube erstmal müssen wir schön viel fressen. Hier gibt es auch einiges in Downtown. Super. Ja, das reicht erstmal. Jetzt gewinnen wir mal richtig an Müll hier. So, und jetzt Pilschuh pilschen, Alter. Guck mal da. Da. Hier kann ich ein Nest bauen. Aber wie? Wahrscheinlich brauche ich hier so einen... Muss ich Stöcker sammeln, ne? Oh, Alter. Hey! Was, Alter? Was ist denn jetzt los? Wer war das? Dich kacke ich an. So, jetzt hole ich mir erstmal so einen Stock. Jawohl, hab ich. So, jetzt zum Nest. Da. Na geil. Abgeliefert. Okay, nächster Stock. So, vorsichtig manövrieren. Zack. Wenn man die immer so vom Boden ansaugt. Erstes Nest. Stelle fertig. Zack. Lay eggs. Als ob du die gelegt hast, Mann. Ein Ei ist zu groß wie dein Torso. Das brennt noch ein paar Wochen. Im After. Oh, jetzt sind die hungrig. Okay, warte. Kriegt er Zugriff. Oh nein. Oh shit. So. Absolut. Mit dem Stuhl. Was? Okay, ich habe jetzt ein bisschen was zu essen. Schön lecker Stuhlbein. Habe ich auch was zu machen? Nein. So. Und jetzt? Für dich. Was war das für ein Sound? Alter, was muss ich hier machen? Ich kotze euch voll. Ja, du bist hier ein klasse Spiel. Ey. Was muss ich machen? Zuriff. Oh, doppelte Lager. Oh, noch ein Headshot. Der ist hinüber. Entschuldigung. Hä, das ist rot. Oh Gott. Warum ist das jetzt... Hey. Oh mein Gott. Abflug. Oh Gott. Okay, ich bin jetzt... Also ich habe jetzt rote Nahrung in mir drin. Muss ich die hier drauf kotzen? Ich meine, Tiere wie ich füttern doch von Mund zu Mund. Ja. Ja, der Balken geht hoch. Ich kotze euch voll. Okay, ich weiß was zu tun ist. Jetzt scheißen wir da nochmal richtig ein. So, Donuts aller. Ist den Donut. Schön. Abflug. So, ich bin wieder da, Jungs. Ihr habt da. Zugriff. LOL, Headshot. Okay, das ist normal. Das ist normal. Das ist pink. LOL. Überdruck. So, Jungs. Da bin ich wieder. Ah, das kostet jetzt Zeit. Das kostet jetzt... Where am I? Es kostet jetzt unnötig Zeit, Herbert. Komm da jetzt raus! Oh, shit. Oh, das ist alles rot. Pick es auf! Eat spicy food. Ah, rot ist spicy. Okay, hä? Jetzt kacke ich ja nochmal auf. LOL! So, und jetzt... Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Meine Spezies verbreitet sich. Infest the park. Fliegen jetzt hier Tauben rum? Die mit die Menschen terrorisieren? Jo, da fliegen die. Crazy. Jo, die kacke ich ja die ganze Zeit runter. Alter! Okay, ihr habt richtig Druck. OH, WAS? Okay, Alter, Feuerschiss. Was tun wir... Ach, da lang. Okay. Was ist mit seinem Hals? Boah, Alter, hab ich ein Ei gelegt. Alter! Jungs, das sieht aus wie ein Hühnerbrei für Falco, ey. Schonkost, ihr wisst. So. Was? Protect the Nest? Was? Was passiert? Wo wem denn? Jo, was? Hä? Feuer? Jo, wat? So, der hat gefressen. Wo ist er hin? Ist er... Hab ich ihn gelöscht? Ja, gut. Alles gut. So. Was ist das? Gelb? Was ist das für ein Wagen? Okay. Alter, ist das eine Granate. Okay, muss ich jetzt deren Auto vollkacken? Damit die sich verpissen. Was ist dieses Spiel, Alter? Okay, also ist ja auch normal im Stadtbild, die schicken Flammenwerfer gegen die Tauben. Was ist das für ein Spiel, Alter? Oh, Tackle. Oh, Tackle. Oh, Tackle. Was mache ich mit meinem Leben? Nein! Hä? Irgendwie muss ich dieses Auto vollkacken. Boah, ich hab ihn im Zwirbel weggekackt. Äh, äh, wat? Jetzt schleiche ich euch mit euren eigenen Waffen. Dafür räche ich mich jetzt. Oh mein Gott. Vielleicht muss ich so auf den Wagen kacken mit Feuer, dass der dann brennt. Okay, wir bauen uns ein Nest auf. Easy. Jawoll, ihr kriegt jetzt die volle Tube. Oh, lol. Okay, was will er hier? Du brauchst Packung. So. Der kommt von hier, wa? Oder? Kommt der bis hier hingestratzt? Warum bin ich zerplatzt? So. Jetzt fackel ich das Auto ab. Alter, jetzt gibt's ja richtig schöner Napalmangriff. Feuer! LOL! So, nächstes Nest. Das ist safe. Jetzt wird ausgeufert. Ich werde euch alle weg terrorisieren. Glaubt mir. So. Jetzt muss ich kurz... ...schön warm halten. Fertig. Jetzt schnell zu dem Under Attack. Ich eile! Feuer! Schuss! Das ist nicht deren Scheißernst. Da. Der kriegt direkt ne Brandbombe. Hyrotechnik ist kein Verbrechen! Schuss! Den hat's zerdübeln. Feuer! Oh. 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 Das war mal wieder eine weitere Runde. Simulator spielen mit eurem Hanno. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. So weird's nicht. Errym... ... ... ... ... ... ... ... Tak, Bis zum nächsten Mal.